Jo Leute, damit willkommen jetzt zu einer weiteren neuen kurzen Herausforderung. Unsere geht es jetzt hier um die Aufgabe Sammle Barren. Hier von der Lexa, das ist die dritte Phase von der Aufgabe hier. Und da zeige ich euch jetzt, was damit gemeint ist. Es gibt auf jeden Fall jetzt Barren im Spiel, die man halt neben Holz, Stein und Metall sammeln kann. Was damit gemeint ist, seht ihr aber jetzt ganz genau in einer Runde Solo. So, und da seht ihr schon rechts, hier haben wir auf jeden Fall Barren direkt neben dem Holz, Stein und Metall. Und diese müssten jetzt auf jeden Fall sammeln. Es gibt auf jeden Fall mehrere Wege, um diese zu bekommen. Ihr könnt zum Beispiel zu Charakteren gehen und dort Aufträge annehmen. Oder ihr könnt auch einfach Kisten durchsuchen oder einfach Gegenstände abbauen und dadurch dann Barren bekommen. Das zeige ich euch jetzt aber mal. So, hier vorne zum Beispiel ist ja gerade der Schnitter und mit dem können wir reden. Und da sehen wir auch schon, hier gibt es als Belohnung immer Barren und die können wir so halt sammeln. Also hier könnt ihr irgendwelche Aufträge annehmen und dadurch halt Barren bekommen. Aber halt auch durch Gegenstände abbauen kann man diese Barren bekommen. Hier zum Beispiel liegen die jetzt rum, die kann man dann aufheben. Also einfach mal Sachen abbauen, dann fallen hier auch Barren raus. Also so einfach geht das. So, hier liegen auch noch welche rum. Ich kann einfach aufheben, aber auch aus Kisten kann man die bekommen. Also wirklich super easy. Ich kann empfehlen einfach ganz normal abzubauen und Kisten zu suchen. Das ist eigentlich so der leichteste Weg, um die Barren zu bekommen. Weil ihr seht schon, die fallen eigentlich wirklich überall raus. Super easy. Ansonsten halt wie gesagt Aufträge annehmen. Ich werde das einfach mal hier so ein Kopfgeldauftrag annehmen und dann mal schauen. So könnte ich jetzt auch die Barren verdienen. Ist eigentlich super easy. Ansonsten halt einfach abbauen. Ist finde ich der leichteste Weg oder halt Kisten zu suchen. So, auf jeden Fall ist das hier in der Nähe ein Gegner. Und wenn ich eine eliminiere, dann kriege ich ja als Belohnung halt auch nochmal Barren. So, hier vor mir ist er. Und den muss ich jetzt hier eliminieren. Hit, hit und zack. Ich habe ihn eliminiert und den Auftrag abgeschlossen. Und somit habe ich hier weitere Barren verdient. Hier sieht man es auch. 223 abgeschlossen. Also ist das relativ leicht. So macht ihr die Aufgabe. Am besten halt Aufträge annehmen oder ganz normal Kisten durchsuchen. Ist also ultra easy. So, wie wir sehen bei den Aufträgen, habe ich jetzt hier, wie gesagt, die Aufgabe fast fertig. Ist also sehr easy. Das war es auch schon mit dem Video. Lasst gerne einen Daumen nach oben da. Bis dann und ciao.